Der traurige Grund, warum Tom Selleck Abschied nimmt Der Schauspieler Tom Selleck ist seit den 1980er Jahren ein Ikone, sei es durch seine Rolle in Magnum, P.I. oder durch seine jüngere Arbeit in der Show Blue Bloods. Tom hat jedoch immer ein deutlich privates Privatleben außerhalb von Hollywood geführt und oft mit den Gedanken gespielt, ganz mit dem Schauspiel aufzuhören. In letzter Zeit haben Gerüchte die Runde gemacht, dass Tom bereit sein könnte, diesmal wirklich Abschied zu nehmen. Eine seiner bekanntesten Rollen in den 1970er Jahren war eine wiederkehrende Rolle in der Fernsehserie The Rockford Files. Tom spielte einen privaten Ermittler namens Lance White. Die Aufmerksamkeit, die er durch diese Rolle erhielt, führte zu weiteren vielversprechenden Rollen im Film. Als begeisterter Outdoorsmann hatte Tom immer ein Raub einiges Aussehen, das sich gut für Action- und Westernrollen eignete. 1979 wurde er in seinem ersten Westernfilm besetzt, The Suckets, in dem auch Westernlegenden wie Sam Elliott und Glenn Ford mitspielten. Daraufhin erschien Tom 1982 in dem Western The Shadow Riders. Der Schauspieler würde im Laufe seiner Karriere weiterhin in Westernfilmen und Fernsehsendungen auftreten. Die Rolle eines Cowboys ist jedoch bei weitem nicht die einzige Rolle, die Tom im Laufe seiner Karriere gespielt hat. Tatsächlich ist Tom als Polizist wahrscheinlich besser bekannt als als Mann des Westens. Obwohl er bereits in The Rockford Files einen privaten Ermittler gespielt hatte, ist Toms Ruf als Gesetzeshüter hauptsächlich auf seine herausragende Hauptrolle in der 1980er Fernsehshow Magnum, P.I., zurückzuführen. Magnum, P.I., war ein riesiger Erfolg und sah Tom, der einen coolen Cop auf den Straßen von Hawaii spielte. Natürlich hieß dieser Cop Thomas Magnum. Die Serie dauerte acht Staffeln und brachte insgesamt 163 Folgen hervor. 1984 gewann Tom einen Emmy als bester Hauptdarsteller in einer Dramaserie. Trotz des Erfolgs und der Aufmerksamkeit, die Tom durch seine Rolle in der Show erfuhr, hatte Magnum, P.I., auch negative Auswirkungen auf seine Karriere. Tom war eine der ersten Wahl für die Rolle von Indiana Jones, aber sein Vertrag für Magnum, P.I., verhinderte, dass er die Rolle übernehmen konnte. Wie wir alle wissen, wurde die Rolle von Harrison Ford berühmt gespielt. Nach acht Staffeln beendete Tom Magnum, P.I., 1987 heiratete er seine zweite Frau, Gillie. Zuvor war er mit Jacqueline Ray verheiratet. Von 1971 bis 1982. Obwohl Tom und Jacqueline keine eigenen Kinder hatten, adoptierte Tom Jacquelines Sohn aus einer früheren Ehe. Tom ist seit 1987 mit Gillie verheiratet und die beiden haben eine Tochter, Hannah, die im gleichen Jahr geboren wurde, als Tom Magnum, P.I., beendete. Trotz seines fortgesetzten Erfolgs im Fernsehen bevorzugt Tom immer ein Leben in Abgeschiedenheit. Nach der Geburt von Hannah und dem Ende von Magnum, P.I., verbrachte Tom viel Zeit mit seiner Familie in der Natur. Tom hat das Gewohnheit beibehalten, Zeit außerhalb des Rampenlichts zu verbringen. Und viele haben sich gefragt, wann dies den alternden Schauspieler dazu bringen wird, endgültig aufzuhören. 1990 kehrte Tom mit dem erfolgreichen Western Quick Lay Down Under zum Film zurück. Toms Rolle im Film war ein großer Erfolg und gilt bis heute als fast so ikonisch wie seine Darstellung als Thomas Magnum. Der Schauspieler spielte in den restlichen Jahren des Jahrzehnts in mehreren anderen Filmen mit. Aber seine bemerkenswerteste Rolle in dieser Zeit war vermutlich seine Darstellung im erfolgreichen Sitcom Friends. In der Show nahm Tom eine wiederkehrende Rolle als Monikas Freund an. Obwohl die Rolle Tom so beliebt wie nie zuvor machte, sah er sie als Rückschritt von seiner ernsthaften Filmkarriere und feuerte daraufhin seinen Agenten. Tom arbeitete kontinuierlich nach dem Jahrtausendwechsel und trat mit der Polizeiprozeduralserie Blue Bloods im Jahr 2010 erneut ins Rampenlicht. Die Show wurde zu einem Comeback-Vehikel für Tom nach Jahren leicht sinkender Beliebtheit und wird noch heute produziert. Auf der Show spielt Tom die Figur von Frank Regan. Die Show soll im Oktober 2021 ihre zwölfte Staffel ausstrahlen. Aber ihre Zukunft danach bleibt unsicher. In den letzten Jahren gab es Gerüchte, dass Tom möglicherweise das Schauspielern für immer aufgeben möchte, obwohl es unklar ist, ob der Schauspieler das bald tun wird. Obwohl Tom ein Frauenheld sein kann, behauptet er, dass seine moralischen Werte die seiner Hollywood-Kollegen übertreffen. Tom sieht sich als altmodischer Typ, was auch erklärt, warum er gerne den größten Teil seiner Zeit im Freien verbringt. Obwohl er definitiv das Aussehen dafür hat, hat der TV-Star nie so richtig in Hollywood-Partys gepasst. Die Menschen um ihn herum können sehen, warum der Schauspieler es vorzieht, den größten Teil seiner Zeit in der stillen Einsamkeit seiner Rentsch mit seiner Familie zu verbringen. Als er gefragt wurde, ob er bald in Rente gehen will, sagte Tom, dass er bereit ist, Blue Bloods so lange laufen zu lassen, wie die Fans es sehen möchten. Es scheint, dass Tom im Alter es einfacher findet, ein gesundes Gleichgewicht zwischen seiner Arbeit und seinem persönlichen Leben zu finden als während seiner Magnum-Zeit. In der Zwischenzeit wird Tom nicht jünger. Der Schauspieler wurde 2021 76 Jahre alt und hat schon seit über fünf Jahrzehnten gespielt. Zu diesem Zeitpunkt in seiner Karriere könnte Tom aufhören und niemand würde es ihm übel nehmen. Trotzdem scheint der Schauspieler entschlossen zu sein, auch im Alter weiterzumachen. Der Schauspieler hat sich im Laufe der Jahre gesund gehalten, was man leicht auf seinen entspannten und ruhigen Lebensstil zurückführen kann. Während viele Schauspieler ihre Freizeit damit verbringen, Sex und Drogen zu konsumieren, bevorzugt Tom es, ruhige Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Die zwölfte Staffel von Blue Bloods soll im Oktober 2021 Premiere feiern, obwohl unsicher ist, ob es danach noch weitere Staffeln geben wird. Wenn das, was Tom gesagt hat, wahr ist, wird die Show weiter neue Folgen produzieren, solange die Fans einschalten. Tom könnte jedoch jederzeit beschließen, dass er bereit ist, sich endgültig auf seiner Rentsch zur Ruhe zu setzen. Tom Selleck hat in vielen weiteren Filmen und Fernsehsendungen mitgewirkt als die bereits erwähnten. Hinterlasse unten einen Kommentar, um deine Lieblingsrolle aus der Karriere des Schauspielers zu teilen, oder wenn du denkst, dass es an der Zeit ist, dass er endlich aufhört und das Leben des Friedens und der Einsamkeit mit seiner Familie lebt, von dem er immer geträumt hat. Wie immer, gib diesem Video ein Gefällt mir, um deine Unterstützung zu zeigen, und abonniere und drücke den Motivationsklingelton, wenn du unter den Ersten sein möchtest, die erfahren, wenn weitere Videos von unserem Kanal unterwegs sind.